Herzlich Willkommen zu diesem Enneagram Video. Im Rahmen dieser 27 Videos umfassenden Reihe möchte ich Ihnen gern die 27 Untertypen des Enneagrams kurz und präzise vorstellen. Mein Name ist Detlef Radma, ich bin Heilpraktiker mit dem Praxischschwerpunkt Homöopathie aufgrund meines Spezialgebietes der Enneagram Homöopathie, bin ich ebenfalls Enneagram Experte und Autor zahlreicher Bücher. Heute geht es um den sozialen Untertyp der Acht. Ich nenne ihn den Führer oder Anführer. Seine Hauptthemen sind das zum Beispiel Macht und Ohnmacht, Freundschaft und Loyalität, Anführer sein, dann die streitbare Gerechtigkeit, dann die Gruppenzugehörigkeit, dann ein Herz für die Schwachen und eine sozial-antisoziale Haltung. Seine innere Leidenschaft, der Gier sowie jegliche Formen von Macht, von Begierde und von Kontrolle werden bei dieser Variante des Achters hauptsächlich auf loyal, freundschaftliche, sozial-antisoziale und gerechte Art und Weise ausgelebt. Dadurch, dass immer der eigene Wille durchgesetzt wird und durch den Einsatz für alle, versucht der soziale Typ Acht seine Grundangst zu vermindern. Dazu werfen wir nun einen Blick auf dieses Schaubild. Dort finden Sie den sozialen Achter unter dem Enneagramm Punkt Acht als zweiten Untertyp aufgeführt. Er ist der sogenannte Kontratyp der Acht. Gier und Wollust in sozialen Angelegenheiten des Lebens ist seine tief verborgene Grundleidenschaft und seine sogenannte intrinsische Motivation, also sein innerster Antrieb, ist die größtenteils ebenfalls verborgene und damit unbewusste Suche nach Macht, primär in Angelegenheiten seines sozialen Gefüges. Zur Nachbereitung dieser Videoreihe empfehlen sich insbesondere meine beiden Bücher, Wer du wirklich bist, Enneagramm Wissen in farbigen Schaubildern, sowie mein Buch die 27 Persönlichkeiten des Enneagramms. Dort werden die hier nur kurz dargestellten 27 Untertypen für ein vertiefendes Studium ausführlichst prägnant und umfangreich geschildert. Zum Schluss möchte ich Sie noch hinweisen auf interessante kostenlose Angebote rund um das Thema Enneagramm. Sie finden dazu Informationen in den Kommentaren unter diesem Video. Zum Beispiel über den Enneagramm Newsletter. Einfach eintragen mit der E-Mail-Adresse und fertig. Dann werden sie beliefert. Jede Woche, Montagmorgen, 6 Uhr. Dann die geschlossene Facebook-Gruppe Enneagramm und Homöopathie. Wenn Sie das interessiert, die Enneagramm-Homöopathie, dann sind Sie gerne dabei. Kostenlos und sehr informativ. Dann einen von mir konzipierten Enneagramm-Diagnosetest für meine Patienten, der sich auf meiner Praxis-Homepage psychologisch-homeopathie.de befindet, sowie Buchempfehlungen in Form anderer Videos auf YouTube. Und noch ein Hinweis auf meine Verlags-Homepage www.verlagshaus-radmar.com, auf der Sie sämtliche verfügbare Bücher von mir übersichtlich dargestellt finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie an das schöne argentinische Sprichwort In diesem Sinne bis zum nächsten Video.